da sind wir wieder herzlich willkommen auf meinem kanal hakamoshi schön dass ihr wieder reingeklickt haben wir spielen die super mario brüder weiter wir sind noch mitten im nachklapp und wollen ja alle restlichen level aufdecken ich habe jetzt wie beim letzten mal angekündigt die ganzen ja wundersamen in der lava oder in den lava minen gesammelt und jetzt können wir endlich an der einen stelle weitermachen auf geht's so wir brauchen nämlich 25 stück wir haben exakt 25 stück die habe ich uns alle besorgt den muss ich machen schwierigkeitsgrad 3 ich hasse sowas ja vor allen dingen mit dem elefanten macht das gar keinen sinn ich glaube das war total dumm so was sollen wir machen du rennst immer mit großer geschwindigkeit rennst du über eine klippe kannst du für einen kurzen moment sogar danach das habe ich schon das ist dass ich kann das nicht mehr hören das ist so kacke wie soll ich denn da hochkommen wie soll ich da hochkommen ich verstehe es nicht ich folge doch diesen ich folge doch diesen beschissenen dämlichen abgefuckten gelben pfeilen er lernt dann sagt doch okay ich musste das zusätzlich mit springen drücken das ist ein level das kannst du doch keinem erzählen dass du darüber kommst das ist doch so ein treck schrott ich kann das nicht mehr ich kann das nicht mehr sehen ich kann das nicht mehr hören das macht mich zwar das schlimme ist wenn ich da drüben bin und diesen einen millimeter irgendwann mal getroffen habe er mir nicht mehr angezeigt wird dann muss ich dieselbe scheiße auf der anderen seite noch mal machen ich versuche jetzt exakt mich auf diese münze zu konzentrieren weil das scheint mein anhaltspunkt sein nintendo das ist richtig scheiße das ist richtig richtig scheiße so was da reinzubauen das ist für mich ein dicker minuspunkt sorry ist einfach so habe ich auch null verständnis für und hier in dieser tricks kiste überhaupt nicht vorbeikommst das ist richtig arschig und das ist richtig richtig scheiße denkt ihr das findet irgendjemand richtig richtig geil das 15.000 mal zu versuchen nur um dann zu sagen ja ich habe lebenszeit dafür investiert und bin 15 mal die klippe runter weil ich einfach nicht die millisekunde dieses dämlichen absprungs geschafft habe das ist doch kacke das ist richtig richtig das ist nicht euer ernst leute das ist so dämlich das ist so das ist so warum was was soll das hier das ist einfach nur in die länge ziehen von diesem spiel dass man sich aufregen muss nichts anderes unnötiges in die länge ziehen vor diesem spiel und bis dato hatte ich echt spaß in diesem spiel und war echt happy dass ich aber das ist sorry aber das ist ich habe da einfach keinen spaß dran wenn ich es ja auslassen könnte versteht ihr es auslassen könnte daran vorbeigehen könnte damit ich die anderen level nein ich muss es machen jeder muss es machen jeder muss es machen damit man einfach ja an die anderen level drankommt das ist doch sorry das ist dreckig 24 minuten man spring doch darüber diese drecks ich bin kein roboter ich kann nicht immer in derselben millisekunde drücken es geht nicht bleib jetzt einfach gestehen pingel das war neu jetzt will das spiel mich richtig abfacken jetzt wird es mich richtig abfacken und jetzt bin ich auch abgefackt was habe ich da oben wieder irgendwas ich brauche was zum zerstören ich brauche irgendwas zum kann das nicht mehr mein vater würde jetzt wieder sagen wie früher als video spiel gespielt habe ich denke das soll entspannen ich bin entspannt sich unentspannt aus aber ich fand es damals schon unlogisch man lege mich doch lecken mich lecken mich lecken mich lecken mich lecken ich lecken ich lecken mich ich kriege einen an der rossen jetzt gesehen wie der plötzlich buß gekriegt hat so eine angst auf zu rennen auf zu rennen auf zu rennen einfach auf zu rennen doch auf die egal end der jetzt natürlich wir müssen hier auch noch rennen ich werde wahnsinnig ihr fakt mich so ab und wenn du ihr könnt euch das nicht vorstellen ihr fakt mich so warum muss ich jedes mal wieder warum konnte es hier oben nicht einfach gut sein wieso konnte es hier oben nicht gut sein und die lava kommt auch noch hoch die lava kommt auch noch hoch die lava kommt auch noch hoch ich kann es nicht hören ich habe die blume die wird bald gemäuchelt wer kommt jetzt nicht die zielfahne jetzt habe ich den ehrgeiz jetzt will ich das auch richtig egal geschafft trotzdem nintendo das verzeihe ich euch nicht keine chance das verzeihe ich euch nicht sorry aber sind das hier alles abzeichen test dann werde ich wahnsinnig also wenn das jetzt hier alles abzeichen test sind dann werde ich was Pugwibbisch Oh Oh Mal gucken wo ich bin Ja auch nicht mehr Egal jetzt Überhaupt nichts Ich sammle hier auch keine 10er Minzen ein Alter Falter Bitte sag mir Dass mir das irgendwie erspart bleibt Ne 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 Ich will einfach nur Einfach nur Durch Also wenn ich sie alle durch hab dann Erinnern Ich weiß auch gar nicht Warum ich mir das antue Oh Ah doch kann ich auch Oh Es geht doch mit rennen Was geht denn Oh man Die Swahne Die Swahne Nein Noch gebe ich nicht auf Doch jetzt gebe ich auf Oh Scheiße auf die 10er Münze Komm Komm rette mich Von Nintendo Das ist so Ganz ehrlich wenn man auch nicht sieht Wo man hin hüpft Abwärts Das ist allein diese Diese Blumen Ne Das wäre mein Safer gewesen Letzte Jetzt geht gar nichts mehr Was ist das für eine Scheiße Kante Und da springt er drauf Oh die Fresse Vorwärts 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 Da war meine Fahne Da war meine Fahne Da war meine Fahne Und dann noch 15 Dinger da hinten dran Wenn das hier durch ist dann Schluss dann Spezialwelten Mach ich zwei Wochen Pause Also zwei Wochen kein Video von mir Wir können es mal auf dem Gameboy spielen Wir machen einfach mal Let's Play Super Mario auf dem Gameboy Wenn ich wissen möchte Wie das bei euch sagen kommt Wie soll ich das denn schaffen Ohne Schwung Wird nix Das geht nicht Du musst mit Schwung von oben kommen Und dann musst du die alle perfekt treffen Um zu dieser Drecks Fahne zu kommen Videos Leck mich Leck mich Leck mich Leck mich Kommt sofort hier nach aus Ich hab noch was besseres zu tun Ich möchte einfach nicht mehr Ich hab Ich möchte nicht mehr Ich möchte nicht mehr Und dann kacke ich da ab So und dann kackst du da ab Weil du nicht Millimeter genau Mr. Roboter Den scheiß Knopf gedrückt hast Das piepst sich raus Das piepst sich raus Noch bin ich Safe Und dann passiert hier unten diese Drecksscheiße Das ist so Nicht safe Safe Das gesetzt der großen Zahl Irgendwann Dann brauchst du dich Ich verstehe es auch nicht Der fliegt der fliegt Und unten bremst der Aus irgendwelchen Gründen Auch immer Warum könnt ihr mir nicht einfach Das Ende da geben Warum müsst ihr mich jetzt noch weiter quälen Da ist die Stange Da ist die Stange Da ist die Stange Da ist die Stange Nein 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 Hahaha So Freunde der Nacht Jetzt Ich kann mir T-Shirt machen Ich war dabei Abfuck Ende 2023 Mario Wanda Ich komm da nicht hoch Ich komm da beim besten Willen nicht hoch Mr. Roboter Ja Das ist vielleicht Für Leute die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben Und keinen Beruf Aber für Leute die es hier entspannen wollen Einfach ein cooles Video machen wollen Ja Für die ist das nichts Für die Jetzt kann ich knicken Und ohne Schwung Und ohne Schwung Komm ich hier nicht hoch Hoho 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 Leck mich Es war ein Millimeter Und dann wäre ich wahrscheinlich da hinten abgestürzt Ich muss nur auf diese dreckige fette Wolke kommen Kloppt euch auf die Schulter Gut gemacht Habt ihr richtig geil gemacht Leute tausendfach abgefuckt Ganz ehrlich mich verliert ihr da als Customer Für mich ist das bedeutet das beim nächsten Mal Egal wie geil das Spiel ist Wenn ich sowas zu erwarten habe Dazu habe ich zu wenig Zeit Zu wenig Lebenszeit Und ein bisschen real life Was ich auch noch machen will Allein so ein dummes extra zu machen Dass man als hüpft Ist doch Gestört ist das doch Einfach nur gestört Ne Ihr könnt nicht mal Ich verzeihe es euch trotzdem nicht Okay geil damit haben wir die letzten Level erledigt Cool dass ihr zugeschaut habt Das Original Video hat insgesamt 1 Stunde 7 und 52 Sekunden gedauert Ihr habt hier die Kompaktversion davon gesehen Ich gebe es zu Vielen lieben Dank fürs zuschauen Bis zum nächsten Mal Erzählt weiter wenn es euch gefallen hat Keep on gaming Ciao Ciao